hey leute willkommen zu einer neuen folge hier wieder aufs detoxion weil ich finde das ganz cool aufs detoxion hier mit dem kaufsystem und mit dem punkten und auf gomme ist leider noch zu überfüllt um diese uhrzeit deswegen spielen wir hier und hier macht es auch sehr viel spaß so mit dem vorzügel nehmen wir uns die waffe an diese rüstung können wir mal ein bisschen materialien das hat noch schuhe bekommen essen und so dann können wir mal los in die mitte gehen wir sind wenigstens hier? ah zum blau ok sieht doch schon mal ganz gut aus mit den materialien aber trotzdem baue ich mich jetzt noch hoch und versuche mal ein bisschen weiter nach vorne zu gehen vorher älte ich noch mal was so ne starten wir haben oh wir haben schon einen bogen wir haben schon einen bogen oh Mist dann gehe ich lieber material noch ein bisschen sammeln dass ich mir auch einen bogen holen kann 450 dann nehmen wir mal 600 materialien oder na gut können wir noch ein bisschen mehr ja so jetzt haben wir wir warten mal bis 900 so 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 941 das müsste reichen und los gehts so jetzt kann ich mir den besten hoch umkaufen punch alt power alt jetzt sind noch 64 Pfeile dazu so nochmal ein bisschen was essen und und es geht weiter so jetzt sind wir wieder in der Mitte hier sind wir uns wir kaufen uns noch Schuhe weil ich wenn ich jetzt nicht mit dem Equip sterbe an seine Magnetschuhe und ja auf der linken Seite kommt ihr zu meinem letzten Video und auf der rechten Seite könnt ihr mich abonnieren ist der Post los und es ist ja ein bisschen notwendiger mit diesen geilen Equip zu sterben aber eigentlich ich bin schon alt da gibt es Schuhe und so 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 jetzt können wir langsam wieder ein bisschen vorgehen machen wir mal das nach oh eine roter ist das halbigen müsste sie bekommen oh ja ich hab den bis schon so so Das war's für heute. Und da kommt der nächste. 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 Und da ist er. Und da ist er. Zwei Läden, noch einer ist runtergefallen. Und wo ist der Zweiter? Ist er vielleicht da? Nee. Okay. Ich kaufe hier mal einen Tracker. Und da ist er. Ja. Und da ist er. 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 Ich traste die richtig gut. Ich traste nicht. Was denn? Oh! Oh, so wie geht's durch? Sehr gut. Kommt mal eine Bomber mal zu. Stimmt hier einfach. Oh, sehr nervös. Und ja, mein Name ist mein Ami. Und ich hab's in zwei. Und ich hab's in zwei. No knockback. Wir können langsam nach vorne gehen. Aber ich will mir erst noch ein Schwerter. So. Nein. Du entkommst uns nicht. Der Typ. Der muss noch gehen. So, den geh ich mal zur Eiseninsel. Vielleicht bekomm ich da jemanden. So. Ah, komm mal wieder. Der Typ. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey, ich wollte dir noch was ankündigen und zwar heute um 19 Uhr kommt ein Stream auf einem 1.9 Server und da sind wir schon relativ weit aber ich wollte es trotzdem mal streamen und ja heute 19 Uhr heute habe ich den ganzen Tag schon gestreamt, so um 16 Uhr glaube ich also von 9 bis 16 Uhr und da ist es richtig richtig gut angekommen und heute um 19 Uhr ist der nächste Stream über den Relive Server und vielleicht ist wieder jemand dabei und ja ich hoffe wir sehen uns da und bis nachher, ciao!